In unserem Landesstudio in Salzburg begrüße ich jetzt Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher aus dem Regierungsteam der ÖVP. Einen schönen guten Abend, danke fürs Kommen. Guten Abend dazu, Herr. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bundesminister, heute, Ende Dezember, ist der europäische Gaspreis auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Klar, das hat auch was mit dem Wetter zu tun, aber ganz generell pendeln sich zum Glück die Energiepreise wieder etwas ein. Ist das der richtige Zeitpunkt, um viele Milliarden Euro an Energiekostenzuschüssen für Unternehmen auszuschütten? Beim Energiekostenzuschuss, bei der Verlängerung geht es um Planungssicherheit für Unternehmen, um Wettbewerbsfähigkeit, Liquidität. Und wenn die Preise tatsächlich in den nächsten Monaten so niedrig bleiben, wie sie zum Teil jetzt sind, nicht in allen Bereichen sind sie das, dann würde ja auch keine Förderung zustande kommen. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass die Preise in einem Bereich bleiben, der einigermaßen überschaubar ist. Aber es ist natürlich wichtig, die Voraussetzungen für auch schlechtere Zeiten zu setzen. Und deshalb die Verlängerung des Energiekostenzuschusses, der im schlimmsten Fall natürlich etwas teurer wird, aber ein wichtiger Schutzschirm für das Unternehmen und die Arbeitsplätze in Österreich ist. Bis zu sechs bis sieben Milliarden Euro soll das Kosten eingeführt. Damit haben Sie das ja vor allem als Reaktion auf Deutschland, auf die dortige Gaspreisbremse, die auch für Unternehmen gilt. Ein Doppelwumms, wie es die deutsche Bundesregierung nennt. Aber den Energiekostenzuschuss in Österreich erhalten auch Unternehmen, die gar nicht in direkter Konkurrenz zu Deutschland stehen. Ist das sinnvoll? Es ist, glaube ich, wichtig, allen Unternehmen Planungssicherheit zu geben. Und es geht natürlich auch um Liquidität. Wir haben viele kleinere und mittlere Betriebe, Nahversorger, Gewerbetreibende, die die hohen Kosten in ihren Preisen nicht weitergeben können. Und wo die Gefahr droht, dass sie aus dem Markt ausscheiden und damit Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar Arbeitsplätze in Österreich verloren gehen. Natürlich geht es vor allem um Wettbewerbsfähigkeit. Bei den Großen, die großen Summen gehen möglicherweise auch an die größeren Unternehmen, weil das auch vom Volumen her größer ist. Aber es ist wichtig, dass wir auch den Kleineren helfen. Das ist ja auch in Deutschland so. Die Strom- und Gaspreisbremse gilt für alle. Und auch viele andere europäische Länder haben Maßnahmen getroffen, die für alle Unternehmen gelten. Aber es fehlt ja eine ganz wichtige Bedingung, die beim Energiekostenzuschuss eins noch gegolten hat, nämlich, dass nur energieintensive Unternehmen diese Unterstützung erhalten haben. Jetzt bekommt das etwa auch ein Kaffeehaus oder ein Nahversorger. Wie Sie gesagt haben, ist das nicht seltsam, dass ein Energiekostenzuschuss an ein Unternehmen geht, das vielleicht nur wenige Prozent seines Umsatzes für Energie ausgibt? Das kann trotzdem viel ausmachen. Gerade im Handel ist es so, dass der Umsatz ja sehr stark durch den Wareneinsatz bestimmt wird und die Margen gering sind. Und wenn dann die Energiekosten sich verzweifachen, verdreifachen, verfünffachen teilweise, dann ist auch eine kleine Summe für einen kleinen Händler im Ortskern ein riesiges Problem. Wie gesagt, das kommt nur zum Tragen, wenn die Energiekosten wirklich substanziell höher sind als 2021. Es ist ein Förderansatz und das heißt, dass es treffsicher ist. Das war mir sehr wichtig. Und es ist auch treffsicher für die kleineren und mittleren Betriebe, die in großen Schwierigkeiten sind. Wir hören täglich Geschichten und auch belegte Geschichten natürlich von den massiven Herausforderungen, die sich ergeben durch die erhöhten Energiepreise. Diese Treffsicherheit bestreiten einige Wirtschaftsforscher vehement. Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr etwa sagt, ein Kaffeehaus in Eisenstadt steht ja nicht im Wettbewerb mit einem Kaffeehaus in Potsdam. Muss der Staat wirklich jedes Risiko des Unternehmerlebens wegfördern? Ich bin der Meinung, dass der Staat das nicht tun soll. Aber hier geht es um etwas, was nicht vorhersehbar war, wo die Unternehmen auch nichts dafür können. Wir haben einen Krieg, einen russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dadurch ausgelöst massive Veränderungen auf den Energiemärkten und bei den Preisen. Und es geht jetzt darum, Flurschäden zu vermeiden. Alle, die jetzt Kritik daran üben, verstehe ich natürlich. Es ist natürlich auch ein gewisser Zugzwang, der auf Österreich lastet durch die Entscheidungen in anderen Europäen. Und durch die Unfähigkeit, die sich ergeben hat bei der Bekämpfung der tatsächlichen Ursachen, den hohen Preisen. Aber da wird es weitere Schritte hoffentlich auf europäischer Ebene geben. Aber jetzt geht es darum, vor allem Arbeitsplätze in Österreich zu sichern. Und das tun wir mit diesem Energiekostenzuschuss 2. Arbeitsplätze sichern, das war ja auch ein ganz zentrales Argument für die vielen Wirtschaftshilfen während der Corona-Pandemie. Da hat sich jetzt dann mit einigem zeitlichen Abstand herausgestellt, dass es da dann ganz ordentliche Überförderungen von einigen Unternehmen gab. Jetzt gibt es wieder sehr, sehr viel Geld für Unternehmen. Warum machen Sie es denn jetzt nicht besser? Warum fördern Sie denn wieder alle Unternehmen und nicht zielgerichteter jene, die es wirklich brauchen? Es ist erstens natürlich eine große Herausforderung, die Maßnahmen so zielgerichtet wie möglich zu machen, ohne eben Unternehmen, die es auch wirklich brauchen, zu übersehen. Ich glaube, dass auch die COFAG und Covid-Hilfen, die es gegeben hat, zum Großteil sehr zielgerichtet eingesetzt waren. Es ist ja kein Zufall, dass wir dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 4,8 Prozent hatten oder haben werden. Das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, in dem Rahmen zumindest. Das ist eine Folge vieler Maßnahmen. Im Februar, März, April haben uns viele Prognosen noch vorhergesagt, dass das Wachstum massiv einbrechen wird. Es war höher als noch vor einem Jahr vorhergesagt. Das wirkt sich aus und schafft natürlich ein gewisses Wachstum und sichert vor allem, und ich wiederhole es noch einmal, Arbeitsplätze in Österreich. Das ist das große Ziel. Deswegen gibt es ja auch eine Beschäftigungsgarantie. Und noch viele andere Kriterien bei der Förderung, die sie treffsicherer machen. Wir sprechen zum Beispiel über die Einschränkungen von Boni, von Dividenden, also von Ausschüttungen und vielen anderen Dingen, die die Maßnahmen treffsicher machen. Es geht dann nicht nur um die Überschriften. Es geht darum, wie das umgesetzt wird. In einem Fördermodell ist das eben sehr gut möglich, diese Kriterien auch anzulegen. Jetzt haben Sie dieses Projekt noch zum Jahresende umsetzen können. Ein anderes Projekt, das Sie vor Jahresende dann doch begraben mussten, war die Reform der Arbeitslosenversicherung. Die haben Sie für gescheitert erklärt. Die Regierung ist aber regulär noch fast zwei Jahre im Amt. Warum geben Sie sich denn da geschlagen? Weil es, glaube ich, gut ist einfach zu sagen, wenn Projekte jetzt keinen großen Fortschritt bringen und es nicht absehbar ist, dass es da eine Einigung gibt, dass man sich auf andere Dinge konzentriert. Und wir werden uns natürlich im Arbeitsmarktbereich, bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik, bei anderen Maßnahmen, die wichtig sind, zum jetzigen Zeitpunkt auch einigen und weitere Fortschritte erzielen. Und ich bin eher zeitgesprächsbereit, aber es macht keinen Sinn, nach außen hin den Anschein zu vermitteln, wir verhandeln oder wir sprechen und es geht nichts weiter. Aber vielleicht ändern sich auch in einem halben Jahr oder Jahr die Voraussetzungen. Ich glaube, dass der Arbeitsmarkt mit der demografischen Entwicklung und mit den Notwendigkeiten, die wir in den nächsten Jahren haben werden, durchaus gerade im Arbeitslosenversicherungsbereich eine Reform braucht. Aber wir haben keine Einigung erzielt und deshalb macht es Sinn, sich auf die Dinge zu konzentrieren, wo es möglicherweise Einigungen gibt. Und das werden wir uns in der nächsten Zeit tun, auch in der Arbeitsmarktpolitik. Ein wesentlicher Punkt, den die ÖVP und Sie wollten, waren die Zuverdienstgrenzen zu ändern. Die Grünen wollten eine Anpassung der Notstandshilfe an die Inflation. Beides Punkte, die Arbeitsmarktexperten ja prinzipiell sinnvoll finden. Warum ist man da so gar nicht zusammengekommen und vielleicht einen Kompromiss bei einem sehr heiklen Thema, nämlich der Höhe des Arbeitslosengeldes und der Entwicklung des Arbeitslosengeldes über die Dauer der Arbeitslosigkeit zu finden? Weil es natürlich eine große Reform gewesen wäre, weil diese große Reform, die aus meiner Sicht die Arbeitslosenversicherung bräuchte, in den letzten Jahrzehnten nicht zustande gekommen ist. Also es ist schon größer, als man denkt. Da geht es auch um Details dann, die etwas komplexer sind als nur die Überschriften. Aber klar, wenn man sich nicht einigen kann, wenn es unterschiedliche Zugänge gibt, dann macht es Sinn, sich auf die Sachen zu konzentrieren, wo es diese gemeinsamen Zugänge gibt. Wie gesagt, in vielen Bereichen haben wir die auch. Da wird es Fortschritte geben. Gerade beim Zuverdienst haben wir den nicht erreicht. Aber ich verstehe das schon. Auf der einen Seite geht der Zuverdienst als wichtige Maßnahme, um Armut zu vermeiden, natürlich in der Expertise durch. Auf der anderen Seite ist der Zuverdienst aber natürlich auch zum Teil eine Arbeitslosigkeitsverlängernde Maßnahme oder eine Arbeitslosigkeitsverlängernde Sache. Und hier die richtige Mischung zu finden, war nicht einfach. Wir werden weiter nicht an kleineren Schritten arbeiten. Die große Reform haben wir nicht zustande gebracht. Der Arbeitsmarkt läuft ja an sich sehr, sehr gut in Österreich. Es gibt ja sogar erheblichen Fachkräftemangel. Die Unternehmen tun sich sehr schwer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Aber der Kammerpräsidentin Anderl hat jetzt über Weihnachten vorgeschlagen, nicht die Rot-Weiß-Rot-Karte auszuweiten, die für diesen geordneten Zuzug eigentlich vorhanden wäre, sondern jene in Beschäftigung zu bringen, die schon hier sind, also Asylsuchende. Da sind Sie und die ÖVP wohl dagegen, aber warum eigentlich? Erstens ist es einmal so, dass ein Fokus in unserer Arbeitsmarktpolitik bei all den Asylberechtigten und Subsidierschutzberechtigten ist, die arbeitslos sind. Das sind derzeit 36.000 in Österreich. Da geht es darum, die in Beschäftigung zu bringen. Das dauert manchmal, weil es einfach Voraussetzungen gibt wie Qualifikation, die Sprache, die nicht gegeben sind. Und es ist auch jetzt schon so, dass Asylsuchende nach einer gewissen Zeit, nach drei Monaten, unter gewissen Voraussetzungen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Ich glaube auch nicht, dass es hier einen großen Anpassungsbedarf gibt. Wo es Anpassungsbedarf gegeben hat, war die Rot-Weiß-Rot-Karte. Das ist unser Mittel für die qualifizierte Zuwanderung. Und da haben wir eine Reform ja durchgeführt. Und damit auch aller Voraussicht nach eine Möglichkeit geschaffen, dass mehr qualifizierte Menschen nach Österreich kommen, wo sie dringend gebraucht werden. Gerade in den Mangelberufen, Pflege, Gesundheitsberufe, aber auch in anderen Bereichen. Wir haben eine so lange Mangelberufsliste wie schon lange nicht mehr. Sie sprechen selbst die Pflegeberufe an. Da sehen Sie selbst 70.000 Pflegekräfte, die Österreich bis zum Ende des Jahrzehnts brauchen würde. Zugleich macht sich die ÖVP aber gegen einen Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien stark. Da sind zwei Länder, in denen traditionell sehr viele Pflegerinnen und Pfleger nach Österreich kommen. Das würde es doch erleichtern, Pflegekräfte nach Österreich zu holen. Sind Sie da einer Meinung mit der ÖVP? Hier gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der sicherheitspolitische. Den kann ich nicht beurteilen. Und auf Basis dessen ist diese Entscheidung gefallen. Es geht natürlich auch darum, wirtschaftliche Aspekte zu diskutieren. Wir sehen glücklicherweise sehr häufig, dass diese zwei Aspekte nicht vermengt werden. Und ich bin optimistisch, dass es auch in diesem Fall der Fall sein wird. Die wirtschaftlichen Beziehungen zu Bulgarien und Rumänien sind sehr gut. Und es geht natürlich auch um Arbeitskräfte. Es gibt sehr viele Arbeitskräfte aus diesen Ländern in Österreich. Aber ich glaube, dass es für all Diskussionen, die vielleicht noch bevorstehen, eine Vermengung, eine Emotionalisierung dieser Debatte nicht gut ist. Aber es ist doch eine einfache Frage. Würde ein Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien es leichter machen, Pflegerinnen und Pfleger nach Österreich zu bekommen? Das wissen wir nicht, weil es keine Studien dazu gibt. Ich glaube tatsächlich, dass das keinen großen Unterschied machen würde. Aber es ist natürlich eine atmosphärische Geschichte. Deswegen billetiere ich dafür, ganz insgesamt diese Debatte zu emotionalisieren und alles daran zu setzen, dass die Voraussetzungen, die es braucht, um reif zu sein für einen Schengen-Beitritt, die auch zu schaffen. Sagt Minister Martin Koch in einem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben.